Eingangsgereicht Gewerbe 1, Lindauer Allee, zwei Räume, der Futterraum und der hintere Raum, dazu kommt noch eine kleine Spüle, Toilettenbereich, Fliesen ausgelegt, das ist der erste Raum nochmal, große Fensterbereich direkt an der U-Bahn, direkt an der Bushaltestelle, der zweite Raum hinten, 45 Quadratmeter, 1.000 Euro kalt, jetzt kommt das Highlight, jetzt kommen 55 Quadratmeter Außenterrasse. Wie gesagt, direkt an Bus und U-Bahn. Und mit herein das Gewerbe und der Weg zum Treppenhaus.